Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja wie erwartet hat das angesprochene Sonnenfleckengebiet jetzt einen X-Flair erzeugt und zwar relativ kurz nachdem ich das Video gemacht habe zu der Gefährdungssituation durch diesen Sonnenfleck. Hätte ich mal noch ein bisschen gewartet. Aber aus meiner Sicht hat es sich dann eher so dargestellt, dass da wohl nichts mehr passieren wird, weil es ja jetzt über einen so langen Zeitraum auch stabil war. Aber ja, ein X-Flair und sogar ein X-Flair, der den Satelliten gestört hat. Das heißt also wir haben hier kurz nachdem dieser X-Flair stattfindet auch eine Störung der Kamera des Satelliten. Das heißt das war schon ordentlich. Die Erdatmosphäre wird von diesen harten Strahlen getroffen und wird ionisiert. Das heißt also wir haben hier tatsächlich einen Impact Instant. Naja Instant ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn erst nach acht Minuten trifft uns das ja. Aber wir haben keine Vorwarnzeit bei solchen Ereignissen. Das ist ja anders bei koronalen Masseauswürfen. Da sehen wir ja was passiert und können dann dementsprechend sagen, okay 48 bis 72 Stunden dauert es ungefähr bis das Plasmafeld uns erreicht. Bei solchen X-Flares wird auch Material ausgeworfen. Das heißt also auch hier wird plasmafrei und das reist normalerweise schneller als die Standard-CMS. Das bedeutet, dass wir hier teilweise eine Vorwarnzeit dann von 17, 18, 19 Stunden hätten, je nachdem wie schnell das Plasma unterwegs ist. Da gibt es auch Unterschiede tatsächlich und bei Carrington war es tatsächlich so, also beim Carrington Ereignis, da waren 17,5 Stunden bis das Plasmafeld dann die Erde erreicht hat. Da sind wir also bei solchen Ereignissen über 2000 Kilometer pro Sekunde, während ein CME, zum Beispiel ein Filament, welches sich löst, wesentlich langsamer unterwegs ist. Aber ja, das war ein ordentlicher X-Flair. Wurde zwar kategorisiert unter X1, das heißt also die niedrigste Kategorie für einen X-Flair, aber die Erscheinung auf der Sonne selber wirklich gigantisch. Und ja, jetzt kann man mal schauen, ob da nochmal was kommt von diesem Sonnenfleckengebiet. Hier im Übrigen jetzt auch die Störung des Satelliten, also diese Körnung, die ihr hier seht, das ist eben die Auswirkung dieser harten Strahlung, die den Sensor trifft. Und das kann man dann tatsächlich auch erkennen, dass da Strahlung frei geworden ist. Den Satelliten selber stört das nicht. Das heißt also, das ist etwas, was der Satellit abkann. Und hier sehen wir dann noch ein Bild mit der maximalen Ausdehnung der Energie, die dort frei wird. Das heißt also, das ist schon ein riesiges Gebiet, was dort frei wurde und hat natürlich dann auch dementsprechend einen Impact auf die Erde gehabt. Also Funkverbindungen wurden gestört und wurde eingeordnet unter R3, also etwas, was Radio beeinflusst, also die Funkverbindungen beeinflusst. Und das ist eben teilweise diese Röntgenstrahlung, die dort frei wird, die dann unter anderem auch die Erdatmosphäre trifft. Dann werden die oberen Atmosphärenschichten ionisiert. Und das führt dann eben zu den Problemen, die man auch durch einen X-Flair haben kann, nämlich geoaktive, geomagnetische Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld und dann dementsprechend auch Auswirkungen auf uns. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, momentan dreht sich es ja von uns weg. Ich denke, das wird jetzt wohl das letzte Ereignis gewesen sein von diesem Sonnenfleckengebiet. Denn jetzt ist wieder sehr viel Energie frei geworden und das müsste sich jetzt eigentlich erstmal wieder aufbauen, dass dort wieder was passieren kann. Also ich denke, den haben wir jetzt geschafft. Aber es kommt ja von der anderen Seite schon wieder was Neues rein. Also auch wieder eine interessante Geschichte. Bin mal gespannt, wie sich das so jetzt in den nächsten Wochen dann entwickelt. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!